Heute sprechen wir über das Fliegel-Schubbodensystem vom Typ Extralong. Wir verbauen das bewährte, vielfach eingesetzte Schubbodensystem vom Weltmarktführer. 714 Auflagen, 34 Querträger und 21 Bretter sorgen mit ihrem Bewegungsintervall kombiniert mit der Schiebewand für eine vollständige, hundertprozentige Entleerung. Durch die optimale und vorausschauende Montage der Bodenprofile besteht die Möglichkeit, diese um 180 Grad zu drehen. Die Lebensdauer dieser verschleißintensiven Bodenprofile wird dadurch verdoppelt. Dazu kommt noch eine Vielzahl von serienmäßigen Highlights. Es hat wieder großen Spaß gemacht, aus dem großen Topf der Vorteile der Fliegel-Schubboden zu berichten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020